Machen wir gleich ein paar mehr in die Warteschleife. Achso, ja klar, die Bauarbeiter sind das, wo die Fälle angelegt worden sind. Ein Bauarbeiter noch und der liegt noch an. Das ist null Bauarbeiter. Feld neu einsehen wollen wir nicht. Achso, die Vor-Dahlzeit ist noch nicht durch. So, vier, acht, zwölf, sechzehn Bauern. Sollte reichen. Opa zockt, das ist zur Vor-Dahlzeit vorangeschritten. Sichtweite für Gebäude, Schubkarre. Nee, kann man nichts erforschen. Machen wir hier ein bisschen mehr in die Warteschleife rein. Danke. Dann hätte ich ganz gerne Zehn Stück für die Goldmine. Zehn Stück für die Goldmine. Mach ich wieder ein Bauarbeiter. Achso. Wir brauchen aber mal einen reinen Bauarbeiter jetzt. Der kann mal... Der kann mal... Am besten hier in der Nähe vom Dorfzentrum. Wir brauchen eine Schmiede. Nicht genug Holz. Was kostet diese Markkatz? 175. Haben wir gleich. Haben wir jetzt. Bitte erstmal den. So, da haben wir schon mal drei. Kann hier nicht mal ein bisschen nach hier runter gehen. Wenn du damit fertig bist, hätte ich ganz gerne... Hier vorne noch mal ein paar... Nein, ich habe gesagt, wenn du fertig bist. So, wo ist die Eins? Die soll mal noch da laufen. Acht, die ist ja hier oben. Gut, die Schmiede ist fertig. Was können wir da schönes erforschen? Schmiedekunst, Angriffsstärke, Rüstungsklasse, Rüstungsklasse, gefilterte Bogenschützen, Befiederung. Machen wir erstmal hier. Dann haben wir dann Markt. Leute, wer hat denn euch gesagt, dass ihr daheim sollt? Ihr solltet diesen Wald wegmachen. Weil ich brauche den Platz dort. Kannst du denn jetzt schon ein Kloster bauen? Nein, kannst du noch nicht. Holzfäderlager, können wir da schon irgendwas? 20% schnellere Holzgewinnung. Da sind die bei anderen beiden auch gerade so. Das lassen wir nochmal sein. Steine kaufen, okay. Untätig 9, untätig 10. Du bist fertig. Du kannst dann mit dort weitermachen. Und du bist durch. Dann bitte gleich die nächste Kolonie. Hier 10 rum. So, wie viel sind da drin? Ach, 100 nur? Äh. Okay. Das könnte eventuell zum kleinen Problem werden. 2, 4, 6, 8, 10. Jawohl. Du kannst noch ein paar neue Gebäude brauchen. So, ihr 10er macht, ähm, ein Bergarbeiterlager. Ja, ihr könnt ruhig mithelfen, ne? Gut, dann könnt ihr dort schön Gold abbauen. Du bist fertig, kannst dort hängen. Damit haben wir jetzt hier 6 stehen. Die 1 ist wo unterwegs? Ist mir auch vollkommen egal. Du kommst jetzt erst mal hier runter. Nahrung haben wir, Gold haben wir jetzt auch ein bisschen was. Das heißt, wir können jetzt die Nahrung nach anfangen zu erforschen. Ah, du bist da. Dann laufen wir bitte von dort nach hier hoch. Ah, 8, 9. Du bist fertig, gleich das nächste hinterher. Du bist fertig, gleich das nächste hinterher. Hier 10, baut ein Bergarbeiterlager nach hier. Dankeschön. Die 1 läuft nach da. Mensch, kann das hier nicht folgen? Nein, bewachen, nein. Patrouillieren. Falsch. Lauf mal da hoch. Bauarbeiter. Achso, ja klar. Das sind dann die neuen Bergarbeiter. Ihr seid dann meine Bauarbeiter-Truppe. Ja, ihr dürft auch, ne? Und ihr könnt da noch mal ein paar mehr rein kriegen. So, es sind 4. Einer fehlt noch. Und dann können wir hier auf 11 nochmal hochgehen. Das wird jetzt langsam eng mit dem Dings. STRG 0 seid ihr. Hier seid nämlich jetzt das Bauarbeiter-Team. Und baut mir mal bitte hier ein paar Häusern. Leute. Der Wald. Nichts anderes. Berg-Arbeiter. Gold-Abbau, Gold-Abbau. Diese hier. Markt-Karren wird hier nichts bringen. Nee, du kannst Zeit mit helfen, ne? So, wie sieht das jetzt hier aus? Du wirst noch einmal entwickeln. Du bist durch. Und ihr seid auch durch. Da fehlen noch ein paar. Die 0 kann da hin. So, dann dürft ihr gerne... Und wenn die 1 mal hier runterkommen würde... Ach nee. Haben wir ja schon. Ihr dürft gerne mal... Hier unten. Nicht genug Holz. 150. Leute. Macht mal ein bisschen Gas da. Können wir noch im Holzversager was erforschen? Dass das hier ein bisschen... Uups. Ein bisschen schneller vorangeht. Nee. So, zweiter Hafen hätte ich gern noch. So, warte. Beobachtungsturm. Außenposten. Ein Außenposten schießt aber nicht, oder? Und tätige Dorfbewohner. So, hier. Bergarbeiterlager. Dorthin. Du. Ritterzeit. Ja. Dann. Du. Daran. Seid ihr schon fertig? Ihr seid schon fertig. 15 Bauer. Bergarbeiter 30. Ihr könnt... Das haben wir schon alles. Hier kommt das alles hin. Kommt man hier hoch und kommt man hier runter. Ich hätte dann gerne hier. Könnte abgeschossen werden. Ja, hier vermutlich. Lauf mal hier rüber. Der Wald muss weg. Aber hier ist... Oh. Meine Frau ist online gekommen. Genau. Also hier basteln wir... Mal zwei Kasernen hin. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas nicht erforschtes. Das ist alles durch. Dann renn du noch mal hier. Weil hier haben wir nicht den Einblick. Und dann rennst du noch mal hier hoch. Weil da haben wir den Einblick auch noch nicht. So, ihr baut da. Ihr seid fertig. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal drei davon machen. Und dann sollten wir uns... Kiel holen. Kriegskaläre. Du bist darum angekommen. Nach da runter. In das Loch. Da wird noch mal ein bisschen was gebraucht. So, wo seid ihr, meine lieben Bauarbeiter? Die müssten irgendwo hier gewesen sein. Genau. So, ihr habt jetzt genug zu tun. Wir brauchen zum Erforschen. In der Universität können wir uns nicht leisten. Okay. Mehr Holz. Mehr und vor allem schneller Holz. Ich mach das mal ganz kurz weg hier. Ne, gibt's immer noch nichts Neues. Ihr könnt schon mal hier runterkommen. Wir könnten vielleicht noch ein paar mehr gebrauchen davon. So, erforschen. Frankwesen. Eventuell hier. Goldbergbau. Da geht noch nichts. Ihr seid fertig. Oh oh. Null. Wir brauchen ganz dringend als erstes jetzt ein Kloster. Am besten sogar zwei. Und. Ne Uni. So. erst mal hier erforschen und zwei mönche dann haben wir mit sicher, ach ich habe es genau gewusst so dann bitte zwei Bogenschießanlagen erst mal ein Reiterstall, da ist noch kein platz und Waffenschmiede geht noch nicht so du du religiö da neu mönch du Reliquie. Dorfbewohner. Der Speer bitte nach hier. Du fällt. Du fällt da. Du da. Da rein. Du. Du. Waffenschmiede.